Okay, das habe ich dabei. Oh, das ist unglaublich. Wenn du so. Du bist Magnifico? Ich bin nicht zurück. Sie ist eine Wälder! Sie ist eine Wälder! Wer? Prista! Sie interessiert sehr viel über dich. Ich bin der Talent. Es ist mir. Es ist alles mir. Ich habe Geld mit ihr und... Das Ding. Nein. Schnell. Ich will den jetzt zu Fuß verfallen? Ich will den jetzt zu Fuß verfallen? Wasp? Oh, ja, sehr klar. Oh, halt, Moment. Wenn wir schon mal dabei sind? Können wir auch direkt das Huhn hier, ne? Das ist ein Hahn. Wollen die mich verarschen? Meine ich doch, das ist ein Schwein. Das ist jetzt nur blöd, dass ich nicht auf meinem Pferd gerüttet bin. Man, durchsuche die Lichtung. Muss ich dich jetzt runterschießen oder so? Okay, das geht nicht. Oh, das ist doch nicht. Okay, das ist doch nicht. Meeeeee! Oh, 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 oh. Ach, die arme Haase. Trained in the Great White Way! Really? You got enough for a ticket? Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of a French pox! Maybe I did. So what? What do you need a stump of a showman for? Same bad jokes? The same cheap tricks? In a package half the size? You got Bertram! You got Dummy over there! Who is Dummy anyway? The missing Link? Ha 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 ha! Shut up you, dimwit! You sold me out! You should watch your mouth. You don't need me! You're better off without me! Even you, Dummy! Go on, clear off! Aim for the top, all of you! I'm out of food and I'm out of ideas! Leave me for the bears! I won't be more than a mouthful! You robbed me! You robbed your brother! So you are gonna be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny! Put him up there! Some friends! Some friends! We ain't friends! We're family! As much as it pains me to say it! Family? Still after everything? Of course, you silly little man! And him? Let him at the bar agree to help! Ah, sleeping rough don't suit me much! I know! Come to Mama! Oh, I did miss you! Now, don't you ever run off on us like that again! Back together! Back together! I'm glad it all worked out! Thanks to you! Thank him, boys! Thank you! Thanks for nothing, Dummy! No get in the back! We oughta give you a piece of the gate on our next show! You earned it! We'll be playing sound, innit? Next! Check with the box office! Here! Santinis! Ah! Oh! Shut up! Half man and half wit! Bye bye! What I done to deserve you too! Ok. So, here is on the house for the theater. Get out of my purse! Let's see if we really get out of the place. No 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 no! Ich frage mal hier an der Kasse nach. Ah, nach Miss Marjorie fragen. Okay, dann schauen wir uns halt noch mal eine Aufführung an. Aber diesmal gehen wir nach unten. Letztes Mal haben wir ja von oben geguckt. Können wir hier sogar Bier mitnehmen morgens? Nee, schade. Wo kann man sich hier hinsetzen? Vielen Dank. Hallo. Grüß. Grüß. Grüß für Ihre Beisens. Grüß. 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 Ich bin Aldrich T. Abington. Grüß. 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 Das ist ein schönes Ort. Sie sagten mir, dass ihr alle Dandys und Dance-Gerls seid. Das ist so nett. Wir haben ein Show für euch. Das ist so nett. Mit einem Mörder-A-Duke, ich zeige mich, Frau Marjorie, Bertram, der Pin-Headed Giant. Er ist noch nicht so nett. Aber was er braucht, er braucht, er braucht. Unsere Halt-Wedded Hercules ist so stark wie ein Bull. Das ist so nett. Das ist so nett. Sie, würden Sie assistieren? Ich? Ja, ja. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh! Ja! Du siehst wie ein trappiger Mann. Ich will ihn, hier, hier, in der Baskett. Komm her! 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 Ja! Esmolwurz! Tis I, Magnifico the Magnificent, and I have tamed the beast. Drop him! Goddamn! Ladies and gentlemen, I, Magnifico the Magnificent, am a master of apparition! Oh my god! And the dissipation! And even the art of ha ha ha! Transfiguration! Wow! Alright! Oof! What the hell is that? I have mastered hypnosis, telekinesis, telepathy, and escapology! And now, for my next feat, I will relieve Miss Marjorie of her fra... Dis... Robio! What are you doing, you nasty little pervert? What? Dammit! We were gonna give them a show! Not like that, you're not! I give up! You... Amateurs! Go follow your brother! Well... That's our show! Ha! Thanks, Sandini! You all see this? All ticket sales are final! Ha! 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 Well... Tiny people and tiny-headed giants. Curious things! They are a delight and can make you money! So, before you snuck out that oddly shaped baby, bring them to me! From my time in France, I met these lovely girls who would dance and expose their bloomers for a piece of molasses candy! Oh, what a delight! I bring you the girls of Petite Flaneur in Gay Paris! Well I am Katherine! Woo! Yeah! Let's go! Woo! Woo! He-ha! Yes! Come on, now, girl! Woo, woo, woo! Yeah! Woo, woo! Woo, woo! Woo, woo! Yeah! Oh, come on, now, girl! Oh, here we go! Hey! Oh, hey! Oh, hey, girls! Hey, girls! Oh, we're still starting to run! Yep, yep! Almost our backs up! Almost our backs up! Yeah, buddy! Yeah! Come on! Work it! Yeah, buddy! Ah! Woo! 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 Das ist so schön! Das ist so schön! Ja! Das war eine halbe Stunde! Wir lieben Sie! Das war etwas toll! Wieder! Ja, wir gehen! Majestät! Hast du schon so gesehen? Ich bin ein Quiver, ich kann dir sagen. Ich bringe dir den unglaublichen Singern von Serpents. Das ist eine sehr gute Alliteration. Von LaGrasse she is! Speaking in that battered tongue! But bringing us a show unlike any other! The mysterious Viya! From dust till down! From dust till down! Das ist gut, wir sind da! Das ist gut, wir sind da! Ich bin ruhig, ich bin ruhig! Ich bin ruhig, ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Some cities ain't all bad! I like this! Ich bin ruhig! Was mich jetzt mal interessieren würde... Sagt da irgendjemand was, wenn ich nach vorne gehe? Komm, komm! Komm, lass uns auf jeden Fall! Du bist eine verrunde, Frau! Komm, lass uns auf! Komm, lass uns auf! Ich sehe seine Frau, es ist wirklich unbekannte. Es ist wirklich unbekannte. Oh! Be careful with that snake! Oh! You're dressed on that rotten bun every day of night! Lord, it's lovely now! Oh, it is now! Oh! 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 I love you! Get him home! He's the best! I'll marry you! Is she really going to come to my bed? Yeah, honey! Kiss that snake! Go on! Get him there! Hey, jingles! Friends, you can't... Getting that snake round! We're just starting to have fun! Woo-hoo! What a gun! Ja, das heißt dann wohl, das war's für heute! Wow! Amazing! If only Eve danced so well with her devil, maybe humanity would still live in a garden of innocent grandeur, rather than a pit of depravity and despair. Okay, das geht doch mal, Leute! Okay, das geht doch mal, Leute! Okay, das geht doch mal, Leute! Yeah! Ja! 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 Ah! Ah! Ha! Ha! Nya! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Schnellen ist der einzige Frau, die ich in der Welt habe. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah! Come on! Hey, Jesus Christ! Yeah! He's as strong as an oxygen! Oh, my God! Oh, my God! That block will break her in two! Is that right? Yeah! Don't mess up! Oh, my God, I can't watch! Wow! Ha! 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 She really wins! Yeah! Ha! Ha! Bisschen größenwahnsinnig, die gute Frau. Incredible! I hear that all the women of Bavaria undertake that very ritual on their wedding night. It has been my pleasure entertaining you this evening. Each day is one less until our last. Distraction is our greatest joy! Good night! Until next time! Hooray! Ah, jetzt wird's wirklich heller. Okay, haben wir noch mal eine Aufführung gesehen? Diesmal eine kostenlose. Ja, um die Errungenschaft freizuschalten, glaube ich, muss man nur eine Aufführung sehen. Die kann man dann also auch kostenlos bekommen und da muss man jetzt nicht extra für bezahlen. Können wir hier noch rein? Das dann mal so als kleinen Tipp am Rande, weil ich es selber nicht wusste. Ah, 40 Dollar haben wir auch noch dazu bekommen. Sehr schön. Und einen Brief. Was für eine herrliche Überraschung. Es ist so lieb, von Ihnen herzukommen und sich die Vorstellung anzusehen. Gottes Segen! Ich hoffe, es ist eine gute Aufführung. Das Publikum kann ja manchmal schrecklich sein. Und die Jungs, naja, die sind ihretwegen auch aufgeregt. Auf ihre eigene Art und Weise. Hier ist die versprochene Anteil an den Einnahmen. Freundliche Grüße, Miss Marjorie XX. Okay. Ne, auf der Rückseite wird wohl nichts mehr stehen. Das habe ich mir schon gedacht. Dann verstauen wir das Ganze jetzt wieder. Und haben 40 Dollar dazubekommen. Und das nur, weil wir die letzten, ja, 20 Minuten ungefähr, glaube ich. Äh, guten Abend. Ähm, uns eine Aufführung angesehen haben, die sogar noch kostenlos war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.